Ihr deutsche Mannschaft! Hier ist es schon mehr. Was ist deutsch ist hier? Hals mit der... Liebe Spieler! Liebe Coaches! Liebe Fans! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen vom Eurosportling zur 16. Ausgabe des Bavaria Cup hier in Karlsfeld. Zuerst möchte ich mich noch einmal bei der Gemeinde Karlsfeld...